Ach ja, andere Dressen. Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. So. Hi. Gut, perfekt. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Justin. Auch der Master Yi sucht die. Darfst du das einmal Hallo sagen? Das Hallo? Dann haben wir einen Vandal. Wendeltwitch. Ja, ein Vandalist. Das ist einmal Leon. Ja, und du darfst Hallo sagen. Ja, und mich als Glücksklicks, der gerade Ari All-Out-Skin gezogen hat und jetzt zum ersten Mal seit 3000 Jahren Ari auf der Mittelein spielt. Das wird sehr gut funktionieren. Es ist gut, dass ich immer in unserem Namen unsere Bilder angeklickt habe, wie so ein Autoklicker. Habe ich aber auch gemacht. So, Justin, du musst jetzt tolles Jungle Game Club hier finden. Das ist jetzt wirklich kompetent hier. Ja, ich lade dich mal in der Sicht hoch. Genau. Perfekt. Ich werde kompetent rein, Jess. Der Master Yi, der wird kompetent rein. Master Yi 6. Master Yi 6 mit 32.000 Punkten. Junge, ich wusste nicht mehr, dass man das Hochlevel hat. Der, der, der gegnerische Jungle ist Master Yi 7 mit 400.000 fast. Ja. Ach, ich weiß gar nicht, was du hast. Kekse habe ich. Schokolade. Kann man sich aufhören zu singen, sonst wird dir das Video gekopiert, weil es claimt. Ich gehe vor. Aber ich mag den neuen Laden bestimmt. Warum lädt das so lange? Weiß ich nicht. Hey, das ist normal. Nein. Doch. Ich spiele da oft jedes Mal viel schneller. Lüge. Weil warum haben wir, ist Echo auch Port oder mit? Echo kann man auch als Support spielen. Das funktioniert auch. Oder mit Lane, je nachdem. Die Lilia ist die Top-Lane. Der Graves ist der, ähm, Adi ist der Jungler. Jinx ist wahrscheinlich, ähm. Oh ja, wir sind unten. Schön auf deutsch. Deutsches League-Gameplay. Wah. Schaut mich an! Wunder, toll. Schön. Ich hab den Booty. Hilfe, was ist mit der Musik her kaputt? Ein wahrer Meister ist ein... Schnauze, schnau mal! Ich muss meinen Fans zeigen, was für tolle Schwänze ich habe. Schau mal. Du hast sehr schöne Schwänze. Warum lachst du da, Leon? Statement dazu? Ich hab die Käre. Okay. Meine Damen und Herren, ich habe einen Kron, äh, Thron. Da ist ein Echo. Ja, warte. Lass uns doch lieber alle Gleckdächt draufgehen. Wie bei Sonnen sind erschienen. Nein! Woran merkt man, dass man so viel Seraphim geschwimmen will? Man will die passive Fähigkeit ein... Man will Auto attacken und erwartet dann, dass irgendwie so 80 Projektile auf den Gegner fliegen. Perfekt. Wir hätten erfolgreich die Echo zum Recall gebracht, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Wollte ich auch. Sagst du jetzt wieder die Echo, um alle zu twiggern? Ja. Ich sag extra die Echo. Danke. Ich hab irgendwie keinen Laner. Äh. Warum sind es Server-Botlanen? Hallo. Weil das so funktioniert. Au! Jetzt weiß ich, wieso ich keinen hatte. Der Echo gehört zu mir. Hallö, ich bin Echo. Ich hab keinen angenommen, was du kannst, wenn du versäumtest du nicht. Als Twitch. Gegen was auf der Fall. Ne, Leon. Dann wären wir wieder bei, äh, Twitch auf der Topline. Na, wenn sie ist kein Team, oder? Leider, die Lilia ist auch nervig. Sie kann dich irgendwie mit einer Fähigkeit im Gefühl One-Hitten, glaub ich. Das kann ich auch als Seraphine, wenn ich kompetent bin. Bist du kompetent? Nein. Eigentlich schon. Hm, okay. Also ich bin, glaub ich, nicht kompetent, weil ich... Nee, nee. Genau. Denk mal nach. Ich mein, hä, was für Runen spiel ich gerade? Wieso? Ich spiel irgendwie... Achso. Der Echo ist nicht kompetent, das kann ich dir sagen. Ah, der ist jetzt komisch auf der Erdner. Ja. Was den nehmen wir mal als Jungler an, Leon. Okay. Ist auch eigentlich ein Jungler. Die haben die Kürfe, der Echo ist doch eigentlich auch ein Jungler. Ja, kann man aber auch als Midländer spielen. Äh, wohl sind sogar besser als Supporter, actually. Nicht immer, aber kann funktionieren. Wenn wir beim Thema Jungler sind. Wer bei dir? Ja. Wobei ich geh. Ey, ich lieb diesen Skinder. Bin jetzt der Arie-Main. Das, du musst kompetentieren, du nimmst auf, nur Denkton. Ja, was soll ich kompetentieren? Ich laufe hier gerade rum und fülle die Krabbe. Und nein, ich fülle hier nicht vorher smiten, weil ich hab meinen Smite-Ban. Also die, 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 die Bot-Lane, die sieht sehr, sehr unstable aus bei uns, wenn ich mir das mal angucke. Ja. Der L ist auch kein Supporter, hier, dabei. Und haben wir auch einen Modokal. Ich dachte eigentlich auch, dass der auf den Top-Lane gehen würde. Und der ist immer noch der Überzeugung, glaub ich, dass Modokal so ein Support ist. Er ist der sofort, ja, ja. Der hat sofort reingestimmt und hat Modokal so gepickt. Ja, wenn ich, wenn ich gleich, äh, tot bin, schreib ich dann mal, dass der kein... Vielleicht, vielleicht lernt er dadurch auch was, ich weiß es nicht. Ja, aber anscheinend weißt du das nicht. Das heißt nicht, das heißt nur, dass du mehr Spielstunden hast und dass du besser bist. Aber ich glaub, wenn Level 99 weiß, was ein Support ist und was ein Top-Laner ist. Ah, fuck, ich hab meinen Smite auf den benutzt, ups. Ah, das hat keiner gesehen. Smite auf. Jetzt kommt einfach ein Break und ich hab meinen Smite nicht. Nice. Äh, übrigens, das ist mein Lenders müssen. Wir haben wieder schon einen Jungler, bist du zu Besuch. Hm. Der, sein, der, der, der kommt zu euch, der kommt zu euch, der kommt fort. Ich denke, der wird, äh, den Drake versuchen zu machen. Na, der ist kurz ausgewichen. Na, jetzt ist er wieder da. Ne, komm, in die Mitte. Der geht wieder. Er kann sich nicht entscheiden. Sag mal, was soll ich denn bitte gegen die auf der Top-Lan machen, hallo? Dein Lander ist so laut. Kannst du eigentlich gar nicht machen. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Na, auf den Tag. Na, auf, Justin. Hm, alles gut. Okay, jetzt kann man auch zwei durchsehen, aber gut. Lassen wir das. Können Sie mir kurz helfen mit dem Draken, oder? Ja, Moment. Ich muss eben noch die Lane. Hm. Ich dachte eigentlich, solange dein Lander noch tot ist. Ja, deswegen komme ich jetzt. Ich bin da. Der kommt, glaube ich, Vorsicht. Ja, wenn, aber jetzt bleibt er drauf. Ich hole ihn mir. Ja, hole ihn dir. Ich muss aber zurück. Der Morde wollte mir den Kill klauen. Ja, sehr speziell. Sehr schön formuliert, Leon. Ich höre es, danke. Und der Autotex machen 69 Damage. Oh, wo? Wie sieht's denn auf den Lanes aus? Ja. Ja. Genau, nur engage den, engage den Echo, wenn du keine, wenn du keinen Marder hast. Sie hat selbst getauscht, Leon. Ich hab gar nicht mitbekommen. Keine Ahnung, ein Schunk geht jetzt nach oben. Ob, ob, obwohl ich sie lieber hier unten hätte als der Morde, aber naja. Aber sie hat, als sie hat funktioniert anscheinend besser gegen die Lilia. Ja. Ist auch gut so. Ja, aber sonst, bis jetzt noch ganz ausgeglichen. Nicht toll, so lange keiner viel ist, ist super. Ja, ich hab schon zwei Kills gegen die da unten verdauen, deswegen. Da kann ich nichts gegen tun. Ja, ja, aber unsere Dings schon dazu gewissen zu kriegen. Alles gut. Ich bin ja jetzt schon, also quasi, ich müsste sie ja auch ganz tot kriegen. Dann muss ich die quasi von, komm ich mal irgendwo zu helfen. Ja, ich bin ja, wenn auch noch. Das kann ja Minion. Ja. Los, die. Ein Verbündeter wurde getötet. Die können auch zum Problem werden, du hast nicht, glaube da musst du vielleicht mal um... Ähm... Ja, aber gut, wir sind gerade zu viert, zu viert auf der Wurt, dann. Ja, ich wollte gerade sagen, die sind ja zu viert. Ich komm mal runter. Und der Morde hat sich das geführt. Ja, ich versuch die abzufangen. Aber ich glaube, ich bin ich... Ich weiß nicht, ob ich schnell genug bin. Es ist dumm, dass der Echo seinen Tower vernachlässigt. Weil jetzt kann ich nämlich den Tower angreifen. Und vielleicht den sollen. Braucht ihr da Hilfe? Ja, umso. Nein, die sind doch... Oh, fuck, sorry. Ich hab nicht auf mein Leben geguckt. Hm. Komm helfen. Ich hab den... ...Jungler von denen sind eigentlich alle relativ low. Ab. Ich hätte meditieren sollen. Hm, nicht nachgedacht. Äh, ich komm, ich komm runter. Ich komm runter. Äh, dann eh ich die. Und dann sind die tot. Na, unser Mordecai ist gerade geflasht. Der zieht in einen ran. Na, der hätte vielleicht geschickt mit Warnen sollen. Nice. Äh, äh, der Echo schüttet auch noch. Ah, naja, das ist meine Buffs. Geil. Das war ja mein Lane. Oh, ich hab beide Buffs. Ja. Hab ich doch nicht gedacht, du hast keine Buffs. Ja, wenigstens hat keine Gegner die. Ja, ist gut. Hat sie mit ihrer Ult, die gerade random durch die Gegend geschossen wurde, einfach den... Hat sie. Hat die irgendwie getötet? Ja, unser Mordecai ist. Ich seh da nur so... Ja, Vorsicht, Lauf, Lleon, Lauf, Lleon, Lauf. Ja, kann ich nichts gegen machen, ich würd gerne dafür. Ich geh hin. Ich will sogar zufällen, dass Lleon stirbt. Ja. Ich geh mal eben, wobei er geht. Ich versuch den gleich mal hin zu verfolgen. Perfekt, kann man first item. So, Ekko, ich hab beide Buffs und dein Tod steht bevor. Was möchtest du denn gerne? So. Wir können... Ich hab die Top-Lammer auch Hilfe, Justin. Ja. Ich mach die Wölfe hier und dann geh ich hin. Ja, die ist Level 10, ich weiß nicht, ob ich überhaupt gegen die irgendwas tun kann. Der Ekko kann nichts. Ich kann dir helfen, Justin. Ja, nee, das Ding ist... Ja, ja, du musst ja nicht sterben. Du musst ja einfach nur... Ja. Entkommen. Wie denn? Die ist doch so viel schneller. Du musst ja nicht sterben. Was ist mit mir kaputt? Ja, das Ding ist, ich hab meine Buffs nicht gehabt. Ja, das Ding ist, ich bin doch dumm, ich soll mit dem Drake gehen. Los. Die kommen zu euch. Die kommen auch zu euch. Der lernt's auch nicht, ne? Ja, warte, ich komm, ich geh jetzt zu dir. Lock zum Drake, lock zum Drake, lock zum Drake, lock zum Drake. Okay, Drake, lock. Kannst du ihm helfen? Ja, ja. Ich versuch den Dammit abzufangen. Ach komm, ich muss den Dinkl. Warte. End. Obwohl jetzt alle recallen. Naja, das Ding ist, die auf der Top-Land wird so das Problem werden. Können wir gemeinsam, wir können gemeinsam machen, dann holen wir uns die Jaxons. Ja, ich kann mir gleich immer ein Item kaufen. Ich steig gleich hoch, um mich mit dem Blue-Buff und dann komm ich mit. Wobei, ich glaub, der Echo möchte nochmal leiden. Der möchte nochmal verenden. Ja, mach ruhig erst Echo. So, dafür, dass wir, auch wenn wir die Top-Land verlieren, die anderen Lanes laufen ganz gut. Ich glaube, ich soll mal hoch. Zwei jetzt, wenn so ein Ding so entstirbt. Ich zeige dir... Ja, ich komm von der anderen Seite rein. Danke. Aber Ult benutzt für alles. Egal. Ob das ist tot. Ja, das Ding ist, sobald ihr meine Ehe drauf ist, ist die eigentlich tot. Ja. Weil der nichts mehr machen kann. Äh, ah, hier ist der Jungler. Macht mal Sinn, wenn ich in seinen Jungle laufe, ne? Oh, da ist ein Jungler von denen. Ja. Was ist mit dem passiert? Wieso ist denn eine Stufe 8? Vielleicht Leveling, aber ich bin jetzt 10, wenn ich das Ding hier tot hab. Ja, ich bin gleich 11. So, 10. Dann braucht ihr da hinten eine Elfer-Gruston. Äh, Leon. Corden ist, ne? Dann guck ich gleich. Ich muss erstmal den Kraken-Slayer ganz entspannen. Der konnte auch sein Leben noch nicht so ganz verstanden. Dann baue ich mir was gegen die Lilia. Kommt ganz entspannt. So. Der Mord rennt aber auch echt stark rein, ne? Hm. Hm, ja. Oh Gott. Ich, äh, die, ich komm da hin, aber die Lilia kommt auch da hin. Die Lilia und der Top-Laner. Äh, Top-Laner, Lilia und der Jungler aber nicht. Ja, ich TP mich mal zu back, weil ich, ich bin sonst tot. Ne, die Lilia kommt nach unten. Ich komm. Ne, die krieg mich nicht. Das ist der Gnu-Race. Ja, okay, ich, ich bin nicht so schnell wie dieses Kack-Rae. Ja, das Ding ist, es lief ganz gut. Ich hab beide gut gelöhnt. Ich hätte, na, wenn ich, wenn ich die nicht so schnell, hätte ich sie, glaub ich, noch bekommen. Na, ich hab den Jungler bekommen. Überall wird. Wenn ich jetzt noch das eine Item für die Lilia hab hier, ganz entspannt. Das Ding ist, der Kau hat halt Probleme, meine, meine Minions zu killen, na? Hm. Ähm, und ich hau einmal meine Kuh drauf und seine Minions sind weg. Ja. Er ist halt komplett unterlevelt. Ich versuch nur mal eben, ja, der, der Jungler von denen auch. Der einzige, die Hose ist die Lilia. Ich versuch mir ja ganz kurz, äh, den, äh, Herold zu. Und die will mich gerade sehr, sehr, sehr textuell misshandeln. Die Lilia ist ja irgendwo, ist da irgendwo. Dass ich heute ein bisschen mir auf die Netze dort bei mir auf der Lailen. Tombo. Nein. Fuck. Hm, fuck. Auf, Justin. Nee. Das ist der Kulipps noch nicht. Ja, ich hab außerdem meinen Melitats. Wollte das eine Ding nicht machen. Egal. Ich hab, äh, den, äh, Herold dabei. Äh, Shelly. Keine Ahnung. Wessen Name jetzt auch immer. Ja, ich mein, da... Nicht, wenn du stirbst. Dafür, äh, kommt jetzt unsere... Links-Länderin ein bisschen. Na, wobei, die Top-Länderin kommt gar nicht hinterher, ne? Nee. Die will jetzt eh wieder sterben. Ich hab jetzt, bin... 2 Level über... Äh, Drake vielleicht? Dann nach... Der Echo ist kein Problem. Ich drück meine E, drück meine Kur und der ist tot. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Hm. Ja, der Jungler ist da. Ich glaube, ich hab den Web-Kraft. Ich bin zu Ult. Ja, die Jinx ist da auch noch. Hm. Ich hab meine Ult nicht. Kann man, ich glaub, ich glaub. Ja, ich hab meine Ult. Ich geh da. Nicht den Kill, bitte. Der Echo ist ja auch noch. Dann tu den Echo. Tu den Echo. Ja, das Ding ist, ich... ... wäre gern Full-Life. So. Jetzt bitte die Liga. Ja, warte. Die hier noch irgendwo ist. Ja, da. Warte, ich mach mit dem Treasure. Immer Drake, bitte. Wenn's geht. Oh, weil der Leon ist da, ich glaub. Komm, ich hab so einen... Ich hab so einen... Ich hab so einen Drag-Zone. Ich hab so einen Drag-Zone. Achtung. Nein, der Drag greift dich an, Achtung. Mhm. Na, die Lilia ist... Die geht dann auch nicht. Der Drag-Zone. Sehr beschäftig. Weil ich in meiner Dings bin. Oh. Weil ich in meiner Crew bin. Oh, ich kann die Gegner Blue-Buff holen. Geil. Mhm. Die Lilia kann sogar selbst für mich ein Problem sein, obwohl ich hier besser stehe als die. Die Lilia ist generell für uns alle das größte, einzige Problem gerade. Deswegen versuche ich auch schnell zu devlen, wenn er das Item-Ding sich holen. Oh, das könnte ich jetzt sogar holen. Zum Beispiel, ich komm auch... Die fieten mich hier gerade auch richtig schön. Ja, das Ding ist, der Tower ist weg. Das heißt, ich kann da jetzt gleich schön einfach reinrennen. Nein, ah, war gut. Na, die Lilia hat mich hier. Das ist die einzige, die mir ein Problem macht. Dann töten wir die Liga jetzt. Nee, ich muss weg. Ich hab mir ein Item, was ich gegen sie kaufen kann. Für du alle. Was holst du denn gegen ihr? So, und jetzt... Ich würde mir jetzt gleich noch Heilreduzierung holen, jetzt habe ich gerade Klingel des gestürzten Königs. Das Ding ist, mit dem Item habe ich noch nie gespielt, ich weiß nicht, was das macht. Guck nach! Egal, ich kauf's mir einfach, da steht jetzt gut gegen Lilia. Damit sie sich nicht so viel heilen können, glaube ich. Von daher, gut. Oh Gott. Ja, gut. Das war's wohl. Noel, du schaffst das, oder? Nee, ich war am Brennen. Ich war am Brennen. Ja, ich neid, oder? Ja. Also, ich hab mich vorgebracht. Das war ich nur halt. Die Lilia steht 12-2. Nicht besser als ich. Ich geh in die Mitte. Das Ding ist, ich kann alle raus, außer die Lilia. Und das ist, jetzt ist die da gerade... Ja, die Lilia können wir uns gemeinsam raus holen. Die holen uns dann gerade in den Midland Tower komplett leer. Und das so'n... Ja. ...drucken Splend Tower. Wie gesagt, wenn die jetzt weiterpuffen, lasst da gleich gleich zusammen reinlauten. Oh, warte, der gegenste Jungler ist hier. Okay, gehen alle hier. Das weiß ich, ich lauf einfach weiter. Nee, ich lauf nicht weiter. Keiner von uns kann dir helfen, ne? Ja, das Ding ist... Ich beeil mich, ich beeil mich. Naja, die Lilia hat mich... Irgendwie hat mich gestunnt, ich weiß nicht, was es ist. Aber wie gesagt... Die anderen beiden... Wie gesagt, ich... Anne, bis auf die Lilia, der Rest, da kann ich schön durch. Deswegen, ich feil sowas gerne. Der kommt, die Lilia haben getauscht. Mhm. Ist auch besser so. Dann pushen wir jetzt Mitte durch. Ja, ich bin tot. Ich würde legit versuchen, ein bisschen zu leveln, dass ich über die Lilia leveln kann. Weil ich bin zwar Level dahinter. Ich bin zwar... ... hier Level über dem Gegnerischen Jungler, deswegen ist der auch easy. Ich bin nur die. Die Lilia macht mir Angst. Nicht nur die, ja. Nee, es ist ein Katsch. Hier kommen so ein paar. Von der Seite auch. Ich komme hoch, ich komme hoch, ich komme hoch. Ich block mir die Katsch, bitte. Ich muss noch so ein Echo. Ja, ich bin dran. Ich geh runter. Entspannend. Also wie gesagt, die Lydia war halt low. Das war mein einziger Vorteil, warum ich da jetzt einfach ganz easy durchgehen konnte. Ja, ich hab sie ein bisschen down gespiked. Naja, fuck. Wer hat hier seinen Tower? Wie lange geht denn meine Air? Jo. Okay, ähm. Naja, der Pentakill wird's nicht. Naja, alles. Egal. 20 Sekunden Drake. Ich warte, ich bleib direkt hier. Ob ich den nicht durch? Hm, vermutlich nicht. Die Lydia dabei? Die lebt jetzt zwar wieder, man... Ist ja noch nicht bei den... Ist ja noch nicht hierbei. Muss aber eh backen, weil ich keinen Mahnung mehr hab. Oh, Justin. Die Lydia ist hier. Oh, die Lydia wollte echt zum Drake kommen. Oh Gott. Oh Gott. Glück gehabt. Ah, hier sind wir. Ich kann mir helfen. Ich kann mir ein bisschen lustig ärgern. Wird sagen, wir pushen jetzt einfach die... Äh, Justin. Ne, wir gehen erst mal die Lydia, bitte pushen. So, ja, oder so. Oh, dann kann ich bitte alles... ...meine Dinge rausgehen? Nein, Leon. Egal, ist gut. Alles fein, alles fein. Ja, natürlich, Leon. Und ich hab jetzt vielleicht noch ein Item gegen die Lilia. Das ist ganz cool. Und danach hol ich mir noch das Item. Für Damage-Uter. Ich würde gerne auch mal ein Item haben, was nicht nur mein Schnauern-Item ist. Ja, ich denke, jetzt gleich hol ich mir noch Schaden. Ah, das ist lustig. Ich glaube, ich hol mir... Hol ich mir Magier-Resistenz oder Schaden? Ich glaube, ich hol mir Magier-Resistenz. Naja, ich hol Magier-Resistenz gegen die Lilia. Ja, dass sie noch weniger machen kann. Ich will jetzt aber komplett gegen die Lilia. Die wird keine schöne Zeit mehr haben. Ne, die wird gar keine schöne Zeit mehr haben. Das Ding ist, ich bräuchte mal in der Mitte ein bisschen Hilfe, weil ich kann hier vier Leute töten. Ich kann hier gleich... Wie gesagt, ich kann nur helfen, wenn ihr ein bisschen backlauft, weil ich will nicht im Tower fighten. Da ist auch kein Tower, man, der ist weg. Achso, ja, warte, ich komme sofort... Oh, warte, die killst du nämlich mit, nur... Gib mir eine Sekunde. Ich hätte auch gerne ein paar, weil ich habe keinen Bock, dass ich gleich komplett hinter meinem Laner hänge. Ey, ich kann nichts garantieren, ich mache halt meine Kuh da rein, ne? Na, toll. Hast du lange gebraucht, Justin. Boah, fuck. Nein, ich habe die Lilia, ich habe die Lilia, alles fein, alles fein. Alles fein, ich habe die Lilia. Einziges Ziel, Lilia töten. Und unser Mordokaiser bekommt hoffentlich noch den Echo. Nein, tut er nicht. Na, naja, schade. Egal. Ich denke, das war worth it von mir. Mordokaiser ist jetzt ein Blue-Buff, ne? Aber schaut mal hier. Das ist ein Pokal. Hm. Ich muss gut, mein Leben ist gerade ganz gut. Ja, ich brauche ein paar mehr Kills. Ich habe die Lilia jetzt noch im Level eingeholt. Ich brauche ein paar Feede mehr. Auf der Botlane, die brauche ich nicht. Vor allem, du hast ne 9 Kills, laber nicht. Ja, ich hätte aber gerne 18. Weil welche kann ich empfieh? Die gehen ja mir gar nicht mehr. Na dann, noch extra Wünsche. Das Ding ist, solange ich jetzt die Kills kriege, bin ich noch mehr. Erstmal drei Kills, Björn. Ja, dann können wir wie. Ja, deswegen will ich noch gerade Kills. Alter, was laberst du hier? Ach, Leo. Immer diese Kill-Lieb-Stähle. Ja, nein. Pfui. Können wir ja ein bisschen zurückpumpfen lassen? Also die euch ein bisschen zurückdrücken lassen? Haben sie erfolgreich gemacht. Gut, ich wollte gerade eigentlich vorschlagen, den Dings hier zu machen. Ja, aber ich kann ihn lieben. Na, alles gut, alles gut. Ne, wir gehen da nicht in die Rung. Alles gut. Guck mal, ob ich den gegnischen Red-Buff von mir holen kann. Na, da hat's mal geklaut. Oh, der Red-Buff ist noch da. Ja, ja, ich... Jetzt versuche ich noch den Top-Laner, oder den Jungler von denen da zu holen. Wobei, ich versuche ihn nicht zu holen. Ne, er läuft zurück. Ich komm, bitte. Ich hab' ja gesehen, dass wir leider nicht glauben sind. Wenn er die nicht komplett wieder zurückdrückt. Wie, oh, was the fuck, was machen die denn in meinem Leben? Ich kenn' die nie leer. Rappen. Danke. Ach, komm, Mann. Wer macht von dem, macht Giftschaden? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ja. Äh, das hat keiner gesehen, Leute. Das hat keiner gesehen. Wer hat euch gerade die Lilia so tot? Das hat... Ich nicht. Also die Lilia hat bei mir nur den Lasted bekommen. Äh, das Ding ist, das hat keiner gesehen von euch. Natürlich nicht. Was ich da gemacht hab. In Klammernaufnahme. Äh, lo... Hm. Hoppla. Hoppla. Na, egal, ich komm gleich wieder mitte, dann läuft was. Das Ding ist, ich hab' alle so halb angeht, aber keinen gefinisht. Das war ein bisschen lost von mir. Hm. Ich find's gut, dass die, wenn die weiter pushen, die wirklich gut sind. Dann will ich mir gleich einen Rappup holen und dann zu euch kommt. Hm. Der Einzige, für der ich Angst hab, ist, äh, Respekt hab, ist die Lilia. Der, äh, so hätte ich es gut gemacht. Der Jungler kann mich ein bisschen. Ey, der Jungler ist, äh, der hat den Jungle gegen mich komplett verloren. Ich geh zum Drag, ihr könnt ruhig da weiterfalten. Wir haben noch den Drag. Ach, du meinst, ach, ja, 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 genau. Der hat ja nicht nur legit mal. Nur, ich glaub, ich komm erst in Mitte. Aber ich will nicht, dass die Lilia so vielet ist. Die ist so vielet. Die ist, die steht jetzt wie viel. Ist die noch in der Mitte? Der Junge steht, ist Level 17. Alter. Und ich glaub, der Dings hinterher. Ich hab sie. Jetzt hast du mir beide holen, die Lilia. Ich weiß nicht, wo die ist und ich geh jetzt erst mal zum Drake, weil ich hab Angst, dass die Lilia da ist. Dann gehen wir zu Drake. Oh, ich wusste es. Wir müssen die Lilia jetzt töten oder sie für drei Minuten lang gegnern. Und mit Eureen mein ich Panisch wegrennen, wenn wir sie sehen. Weil sonst sind wir tot. Warum? Weil die uns jetzt one-hitten kann dadurch. Echt? Ja. Ich find, ich liebe die erste One-Hitte. Also, ich mach nicht so viel Damage. Also, du hast die Kunst des Lilia-Spielens nicht verstanden, Justin. Nee, hab ich tatsächlich nicht, weil ich den Karakter noch nie gespielt hab. Also, quasi, Drag funktioniert so. Wir haben jetzt, die machen jetzt eine gewisse Anzahl von Damage. Und dann haben wir gleich so eine Leiste an unserem Leben. Und wenn unser Leben unter diese Leiste fällt, sind wir direkt tot. Also, quasi, sind Sterben direkt. Egal, wie viel Leben wir da noch haben. Egal, wie weit wir von dem Gegner wegrennen. Wir sind Sterben. Okay. Wie lange geht der Drag? Den hat zum Glück nicht jeder, weil nicht jeder am Leben war, als die Lilia den gemacht hat. Also, der Estreal hat den beispielsweise nicht. Die Jinx hat den auch nicht. Es hat nur, glaube ich, nur die Lilia. Der ist schon zu echter abgelaufen quasi. Ja. Hier nehmt ihr den Mordokäuser im Busch. Das Ding ist Mordokäuser. Ich hab meine Finger nicht. Oh, ja, ich seh die... Ja, ich seh die Leiste. Ich hab die Leiste gesehen, doll. Volle Leiste, oder? Ich hab die Leiste gesehen. Die war richtig gut, die Leiste. Verstehst du, was ich meinte, oder? Ja. Ich will die Lilia aber. Ja, perfekt. Dann ist es mir auch egal, dass ich tot bin. Ja, das ist gut. So, es ist gerade viel... Weil jetzt hat sie... Die Erschlägt und der Gegner hat mich auch nicht mehr. Okay, perfekt. Oh, ich bin da... Oh, ich bin da... Die Erschlägt einfach als einzig gerade von uns, und das ist nicht... Ja, die bei den Gegnern lebt nur der Jungler, der Jungler ist auch der Top-Land. Ja, aber jetzt lebt mir das Leben. Jetzt leben zwei Leute. Drei. Ja. Und hol ich mir das Wiederbelebungsding oder hol ich mir wie Storix oder so? Ich bin dort... Mh, musst du dir das entscheiden? Ja, ich muss kurz nachdenken. Oh, gut, ganz schlecht für Justin. Kann man momentan alle still sein? Ich glaube, ich hol mir Storix. Dann verkaufe ich gleich meine Schuhe und hol mir Storix. Tu sie dies. Und der nächste Drake? Oh, das kämpft er. Wobei, ich bin Level 18. Ich bin mir drauf. Vielleicht wäre es die Lilia, oder die Lilia ist auch zufrieden? Ich bin da auf dem Weg mehr... Also, ich kaufe noch gerade mein letztes Item zusammen. Ja, ich habe alles drin, deswegen muss ich ja gleich die Schuhe verkaufen. Achso, ja, wie nach einem... Ari und keine Schuhe ist eine sehr schlechte Idee. Ja, ganz gut. Also, ohne Schuhe habe ich keine Existenzberechtigung. Das in der Mitte ist sehr viel Spaß. Wollen wir da mal rein? Nee, alles gut. Ich wollte erst mal die Dings da rausversehen. Also, ich muss erst mal warten, bis ich meine... Das Gute ist aber, quasi, die haben den Drake-Effekt nicht mehr, weil der geht beim Tod verloren. Oh, das Ding ist... Oh Gott. Ja, mit die Lilia rennen wir hinterher. Die Lilia? Oh, im Kopf. Ah, da ist die Lilia. Oh, die Dings ist laut, der Dings ist noch nice. Die erstellt einfach mit einem dem letzten Shotten erwischt. Okay. Ich höre, ich werde es mal eingefroren. Es ist nur noch die Lilia. Es ist nur noch die Lilia. Die Lilia geht zu leer. Die Lilia geht zu leer. Ihr könnt die nehmen. Ihr seht, halt bleibt. Das ist Harte. Achtung, Achtung, Achtung. Der Ding kommt in der Spitz. Ja, ich kriege das denn. Okay, das dann, ich kriege das. Oh Gott. Oh, wo kam das denn her? Ja. Von der Dings, die Greaseball ist. Ich höre mir, glaube ich, auch wieder Belebung. Ich höre mir, glaube ich, auch wieder Belebung. Ich höre mir, glaube ich, dass ich Jinx holt, Mark, nicht Mark. Ich höre mir auch wieder Belebung. Ich glaube, ich komme jetzt noch besser. Leon, lauf, die holt sich dir sonst. Ja, die Kitten holt sich dir sonst. Ja, ich bin mal der Kranung. Das ist kein Unüberwünbungshindernis für die... Ich weiß, aber wird anders, wenn die mich sieht. Ich höre mir, dass wir da Belebungsdien ganz schön sind. Die Lilia repolt. Ich laufe gleich einmal in die Mitte. Hm, mach das. Vorher holte ich mir eine Redfahrt. So, jetzt habe ich keine Schuhe mehr. Egal. Jetzt habe ich... Das hat die Lilian für Items. Ja, ich muss auch mal. Rabadons, Anguish, Demone... Quasi das Gleiche wie ich, nur bis auf zwei Teams. Das denn? Ja. Drake. Ja, ich bin ich. Ja, in der Lupe. Vielleicht den da machen? Ja, vielleicht den. Vielleicht die alle da. Mitmachen, ich will auch Spaß haben. Oh, ne, die Lilia ist hier, die Lilia ist hier. Auf Leon. Äh, ganz, 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 ganz... Ich will wieder mit. Stimmt, ich habe es wieder mit uns allen geholt. Die Lilia ist irgendwo hier unten. Alles gut. Stefan kommt zurück. Dann will ich zurückkommen. Die Lilia ist auf der Mudlane. Ja, wir sind hier aber zu dritt. Von daher ganz entspannt. Okay, es ist wiederbelebt. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Dafür die Schuhe zu verkaufen. Nee, du wirst wie blieb dich anwender. Es macht dich ja kurz vor deinem Tod immun und halt dich dann wieder voll. Ja, genau. Ja, ja, gut, okay. Ich will mal ganz kurz schön eigentlich die... Ah, wobei, ich will zum Drack. Die Lilia hat sich da oben zweig recalled, aber bitte. Noelle, komm zum Drack. Wobei, ich mach den Drack alleine. Bleib da. Fällt mir gerade auf. Kann den Drack alleine machen. Deswegen kann ich mich auch immun machen mit Zweig auf der Sekunde, aber ich benutze das Item halt nicht. Wie dumm bin. Hast du einen Drack? Ja, alles gut. So, jetzt bin ich der, der euch fast one-hitted. Ich one-hitted die nicht nur fast, ich one-hitted. Oder three-hitted die. Dann rein da. Ja, ich will, dass die zurücklaufen. Ich will die nicht in deren Base fighten, weil du jagst die nur gerade dahin. Ich bin jetzt von denen sehr schön. Ja, die Lilia kommt jetzt aber gleich hin, dann bist du tot. Nee. Ich mach hier eine Kugel rein. Und dann ist er tot. Das Ding ist das Ult, die von 311 geblockt wird. Ich mach da, die beiden da. Die sind doch knusprig. Es steht noch ein Tower. Ja, die da ist knusprig. Ah! Sehr knusprig. Warte, weil der ist auch knusprig, ist das Ding hier. Oh, ein Knusprig. Oh, Leon. Ah, Esch. Ah, Leon. Ah, Esch. Ah, Hilfe. Da war eine Ult. Ja, ich bin mal eben weg. Ich muss mal ganz kurz eben den Redbuff von den Gegnern holen. Dann bin ich wieder flug. Ja, ich geh auch mal. Ich kann mir so Buzz kaufen, glaube ich, oder? Kann ich mir meine Leitung kaufen? Kann ich mir noch nicht. Ich wär gerne... Ey! Oh Gott, bleib still. Oh Gott. Ja! Wieso brenn ich denn so lange? Was soll das denn hier? Geh. Geh. Dann geh du, wir machen das denn hier. Alle bitte auf das Ding holen. Pass auf, dass die nicht irgendwo hinten stehen. Durch den gleich klauen, ja? Ich hab mein Zmeid als dich. Wir gehen in die Mitte. Ah, hier ist ne Echo. Die werden jetzt sehr viel Schmerz erfahren. Schmerz und Leid hier einschügen. Willst du das Video editieren? Nein. Ich finde aber dafür, so eine Runde LoL ist dann eine Folge. Wenn du mal oben auf die Länge guckst... Ja, natürlich! Was erwartest du? Drei Stunden vor. Also ich mach dann anscheinend mal die Anmoderation. Ja gut, das merken wir uns mal. Ja, du machst die Anmoderation. Warte bei, wie wollen wir unseren Kanal nennen? Mephobia oder Mephobia Gaming? Ja. Oh. Ha! Ich hab eine Kugel noch getroffen. Oh fuck, die hat mich mit in ihre Base genommen. Shit. Was tust du denn dann? Ich hab mir eine Kugel an die Lili hergemacht, die hat mich mit in ihre Base genommen. Das muss ich mit. Das muss ich auch übernachten. Die hat mich wiederbelebt. Ach shit, mein wieder Mamen wiederbeleben. Ich bin noch nicht. Egal, krieg die, krieg die, krieg die. Macht die sein ja auch noch immun. Hallo? Was macht die denn alles, um meine Ult auszuweiter und stürmen? Nice. Ich stehe 29,99... Das Ding, es geht nie, man wird der Farbe so je gesagt hast, then Joel. Heland Lippulippulippulipp. Da bin ich fetter voll Gip rüber. Wollt ihr vielleicht auch dann Dings machen, bevor ihr die Dinger los- Ja, wollt ihr Moment für mich... Wir müssen auf Minions warten. Entspannt euch nochmal, Elmi. OK. Also, ich... Ach ne, ich trippelte den Tor. Der größte Enemy von uns, die Lilia, ist eh tot. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt die... Ja, nice. Aber dann kommen wir zu tanzen, schauen wir mal. Nice, Leute. Das war noch eine gute Runde. Eine gute Aufnahme. So, Justin macht dann die Abmoderation, los geht's. Nee. Tschüss.